Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Mann, dieser Kanal hat einfach mein Leben verändert, so, so, nur zum Positiven, ja, das ist so geil, ne, ich bin, ich bin für kaum etwas auf der Welt dankbarer als für die Community, die ich mir hier aufgebaut habe, für dich, okay, für dich, für dich angesprochen, guter Mann oder gute Frau, sei dankbar, wobei ich nur 2% Frauen als Zuschauerschaft habe, also, hä, ich weiß ja nicht, aber, ja, für dich angesprochen, äh, mein, mein Guter, meine Gute, denn, ich, ich bin einfach unglaublich dankbar für das, was ich hier habe, ja, 2020 haben wir jetzt ja bald endlich hinter uns, oh mein Gott, in vier Tagen haben wir es endlich geschafft, in vier Tagen ist 2021, oh, Junge, da freut mich schon drauf, wenn wir diesen scheiß Jahr endlich hinter uns lassen können, nicht, dass es die Probleme mit Corona und so shit fixen würde, aber, äh, ich meine, symbolisch ist der Wechsel von 2020, einem der historisch schlechtesten Jahre aller Zeiten, zu 2021, einfach einem anderen Jahr, schon ziemlich, ziemlich lit, mein Bruder, für viele Leute war 2020 jetzt ja eins der schlimmsten Jahre aller Zeiten, für mich persönlich muss ich sagen, es ist eigentlich eins meiner besten Jahre bisher, wenn nicht sogar das beste Jahr, was ich bisher jemals hatte, nicht, dass nicht irgendwie was Schlechtes passiert ist, ja, ich hatte dieses Jahr mehr emotionalen Trauer denn je, als, als ich jemals irgendwie erfahren habe, mein Gott, der, der Liebeskummer dieses Jahr hat einfach geballert, er hat geballert, okay, das kann man gar nicht anders sagen, fucking hell, Alter, das, das Stativ kann sich auch gar nicht mehr in, in, in Grenzen halten, wisst ihr, aber, äh, ja, ich denke auch mal, das, äh, ja, ich hab die ziemlich heftige Charakterentwicklung durchgemacht, das ist allerdings, äh, der, der Pubertät verschuldet und nicht diesem Kanal, der hat so, ey, 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 ich möchte nicht irgendwie was reininterpretieren, von wegen, boah, dieser Kanal hat mein Leben so sehr verändert, das hat er, aber nicht in der Hinsicht von wegen, ja, der hat meinen kompletten Charakter gewandelt, von dem schüchternen Haufen Scheiß, der gesagt hat, hm, hallo, herzlich, herzlich willkommen zu diesem Dino-Deck-Profil, ähm, lass doch mal ein Like dazu, oh, hallo, liebe Kinder, vieles hat sich geändert in meinem Leben, vieles, vieles Charakterlich hat sich bei mir geändert, vieles hat sich emotional geändert, ich, ich hab eine sehr, sehr andere Sichtweise auf die Welt, ich bin einfach wirklich jetzt ein hoffnungsloser Optimist geworden, dieses Jahr hat sich, ja, einfach grundsätzlich aus Strukturwandel und, ähm, ja, aber, weil wir das Ganze ja nicht nur bei einem Video sagen wollen, von wegen, oh mein Gott, ihr seid so toll, äh, ich, ich liebe euch und, oh, ich, bei mir haben sich Sachen verändert, äh, machen wir noch, ein FAQ draus, haut mal eure Fragen in die Kommentare, ich beantworte sie dann in den Kommentaren, denn, ja, weiß ich nicht, ich sehe jetzt nicht unbedingt, mir geht's Sinn dahinter ein extra Video dafür zu machen, so, das, das mach ich bei 1000 Abonnenten, aber nicht bei, ja, zwei Jahre Gurkengott, dementsprechend, haut mal Fragen in die Kommentare, wenn ihr welche habt und ich beantworte sie und dann, uh, dann sind alle happy und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, ich bin ja noch bei so einer Urheberrechtssache da, ich hab da Beschwerde eingelegt, Vorkritts, das ist halt so ein Jungio Abridged mäßig ist, äh, zusammen mit einem anderen YouTuber, ähm, ich hab Verschwerde eingelegt, wer Vorkrittsbeschwerde eingelegt hat, das wird jetzt verarbeitet, ich, ich steh eigentlich im Recht, definitiv, denn das ist dann eine Synchronisation und so ein Mashup, so eine Art, also, äh, ja, ja, dementsprechend kommt das noch die Tage, je nachdem wann das eben durchgewunken wird, ihr könnt ja vielleicht mal auf mein Twitter schauen für Updates, falls ihr Twitter habt, wenn nicht, dann lasst gut sein, aber da hab ich sowieso kein allzu gutes Followering, glaubt auf den Discord-Server, schreibt Fragen und, äh, Tüdelö, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein!